Hintere die Kultisten an dem Schärfen der Bomben. Aber ich muss doch dann hier auch weg. Ich will hier hoch. Dann habe ich eine gute Position, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, hier, nimmt man das da. Oh, okay, das ist vorher explodiert. Hey, stopp! So. Und ihn... Hey, nein, 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 nein! Wo? Welche? Scheiße. Willst du mich nicht verarschen hier? Ups! Da ist keiner mehr? Jetzt wollen die bestimmt zu der anderen Bombe hier drüben. Ja, habe ich mir gedacht. So, erst mal das unterbrochen. Hä? Ich treffe das halt nicht. Na, so, und... Ist hier noch ein Heli oder sowas? Ja, hast du dir gedacht, ne? Habe ich doch schon gesehen. Ciao. Ich habe halt immer Angst, dass sie die eine Kiste da drüben haben noch. So. Zwei auf einen Schlag. Und welche? So, durch die Kiste durch. Sehr gut. Heli ist weg. Scheiße. Ich dachte, der Sniper wäre weg. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder da hoch, weil die, glaube ich, jetzt die andere da oben haben wollen. Na, scheiße, hier brennt es. Ah, scheiße. Kommst du mal hier hoch? Genau. Ah, shit. Erst-Hilfe-Kasten wieder nehmen. Sehr gut. Sollten wir eine von diesen Spritzen mal nehmen? Hä? Kann der mal aufhören, sich zu ducken? Wie viel hält der denn aus? So knicken! Ein Stück Knicke! Ich habe das gerade alles schön hier aktiviert. 24 Sekunden. Wir wollen halt immer an die Kiste da draußen, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Stopp! Polizei! Das ist nur nicht mehr gelogen. Ich bin wirklich von der Polizei. Erreiche den sicheren Ort. Wo ist denn der? Schlagburg! Wow. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Boomer, 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 Boomer! Bitte, bitte hilf mir! Wir haben das mit den vier Minuten echt super geschafft, Boomer. Kannst du mir helfen? Ah, verdammt! Ich war gerade so unter Adrenalin und alles und jetzt kommen die... Hey, nicht auf Boomer schießen! Nein! Bitte, sagt mir, dass ich die vier Minuten nicht nochmal machen muss, oder? Bitte, sagt mir, dass ich die vier Minuten nicht nochmal machen muss. Oh, scheiße! Ja, oh, scheiße! Das wäre nämlich echt nicht gut. Ich habe da mich so gefreut, dass wir die vier Minuten so gut hatten und dann ist es eigentlich nur noch zu dem Ort geht und das war kackig. Bitte nicht. Fuck, das ist doch nicht euer Ernst. Mann. Das ist doch nicht wahr. Guck mal, ich habe das doch echt gut geschafft. Das mit dem Plündern ist auch irgendwie doof. Da muss ich mal gucken, dass das vielleicht das Plündern eine andere Taste hat, als das Aufnehmen. Das stirbt halt auch nicht. Glaubst du es? Okay, hier runter. Okay, den haben wir schon mal. Jetzt versucht es ja wieder in der Kiste. Die versuchen es immer in der Kiste hier. So. Ah, und da oben. Guma, kümmere du dich mal drum. Ich muss den da oben jetzt mal schnell holen. Ja, spring doch hier hoch, bitte. Wird mir auch nicht mehr als Feind angezeigt hier, dass er die Bombe entschärft. Oder wie er doch entschärft, genau. So. Boah, ist hier voll die Action. Boah. Oh nein. Booma ist da unten. Alter, diese, diese vier Minuten. Boah. Welche? Scheiße, ich muss erst die Bombe machen. Ja, ja. Scheiße. Booma, ich versuche echt zu dir zu kommen. Ah, Mann. Wow. Nein, ich konnte Booma nicht helfen. Oh, Scheiße. Diese Mission ist ja der Wahnsinn. Aber Booma ist tot. Wieso soll ich mich ans Leben klammern? Oh, Mann. Und ich hatte diese vier Minuten halt geschafft. Das ist so ärgerlich. Jetzt muss ich die wieder machen. Und wir hatten die schon wieder fast geschafft. Das ist doch eine Scheißmission, ey. Ich weiß nicht, dass ich das ausgedacht habe. Wieso muss ich denn dann noch zu dem Rettungspunkt gehen? Warum speichert der denn dazwischen nicht? Oh, Leute von heute. Ernsthaft. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier hinten. Schnauze. Schnauze. Ja gut, das war jetzt ein Satz mit X. Das war wohl nix. So, ich hätte noch das Falsche ausgewählt. So, warte mal. Wir müssen das mal anders machen. Und zwar hätte ich gerne... Versuchen das mal. Wie ist denn das hier? Wie benutzen das? Okay, ich habe das genommen. Okay, jetzt bin ich schneller. Und ich sehe die Feinde alle. Schein wieder die. Hi. Der hängt dich so ab. Verstehe ich schon. Scheiße, Boomer schon wieder. Was macht denn der Hund immer? Scheiße. Ah, Mann. Ich komme aber auch nirgendwo mehr hoch. Welche denn? Welche entschärft der? Die da drüben. Du nicht. Du auch nicht. Alter. Was geht denn hier nur ab? Boomer ist weg, ne? Ne, Boomer ist noch da. Da ist aber der Scharfschütze. Jetzt habe ich ihn. Okay. Boah, das ist echt... Anstrengend. Was macht die denn hier schon wieder? Oh, Alter. Oh, der Heli. Ich will halt irgendwie zu Boomer, aber ich komme halt echt nirgendwie durch. Und der ist halt wieder irgendwo am Arsch der Welt. Scheiße, und Boomer ist wieder... Ah, Mann. Wieso ist denn der Hund nicht da? Das gibt's doch nicht. Das tut mir leid. Ja, das bringt ja nichts. Ans Leben klammern mit Boomer. Ich komme halt zu Boomer nicht durch. Und jetzt habe ich schon die Spritzen genommen und alles. Das ist doch eine scheiß Mission. Ich habe da schon eine Schrotflinte und alles. Boah, Alter. Vier Minuten das Durchhalten. Ist ja der Wahnsinn. Wir müssen das jetzt schaffen. Weil die Mission, die will ich nicht irgendwie aufgeben. Ich weiß auch nicht, ob man die verlassen kann. Das wird ja... Ne? Steht's da. Mission verlassen. Wollt ihr mich verarschen? Ich verlasse die nicht. Okay. Also, nochmal. Ich nehme jetzt einfach mal alles. Ultimative Überlebenskünstler. So. Ich glaube, das war noch das einzig Gute, was mir noch fehlte. Ich bin schn... Ich bin, Alter, wie auf Speed, ey. Er läuft ja schon mal ganz schön schlecht. Zum Glück kann ich durch den Kiste schießen. Und das Überlebenskünstler ist auch schon wieder weg, ey. Das hält nicht lang an. Der will da hoch zur Kiste. Sehr gut, Boomer. Ah! Stirbt der denn mal? Ah! Und... Du nicht. Mach dir das nicht. Welche? Habe ich mir gedacht. Lass meine Bombe in Ruhe! Sehr gut. Fliegt... Wo er hinfliegt? Oh, scheiße. Dieser verdammte Helikopter. Und die hoch, weil ich glaube, die wollen da auch schon wieder hin. Ah, wieso ist denn hier Boomer? Komm her! Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Sorry, Kumpel. So. Sanitäter kann ich auch nicht mehr helfen. Wow! Entschuldigung. Jetzt habe ich mich voll erschrocken. Jetzt vergrube ich gerade voll laut. Es tut mir leid. Ich habe mich aber gerade voll erschrocken. Scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, nein! Mann! Leck mich! Oh, nein, Boomer! Boomer, Boomer, Boomer! Komm schon, du musst mir nachher helfen. Was machst du denn, Kumpel? Was ist denn das schon wieder passiert? Okay. Oh, nein! Okay. Ja, ich habe es doch vor. Schneller. Mann, ich war fast am Ziel beim ersten Mal. Wisst ihr das? Ich glaube, du hast es geschafft. Und jetzt die Arschbacken zusammenkneifen. Denn du wirst Zeuge einer wahren und unbebremsten Gerechtigkeit. Ja, geil. Ich wurde richtig Zeuge davon. Ich sehe schon. Das ist amerikanisches Heldentum. Die globale Strategie der Heliten ist am Ende. Der Krieg um unseren Verstand ist gewonnen. Die Dämonen haben von echten amerikanischen Kriegern aufs Maul gekriegt. So sehen wir aus. So verhalten wir uns. Wir sind Pioniere. Und wir sind für die Ewigkeit. Das habe ich... Schön. Das habe ich richtig gut sehen können. Schicht im Schacht. Alter, die Mission, ne? Irgendwie ganz cool. Aber auch irgendwie sehr dynamisch verbessert worden. Oh, sehr anstrengend. Wenn man das immer dreimal kurz vor Schluss schafft. Boah, aber aller guten Dinge sind drei. Wir haben es geschafft diesmal. Wuhu. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber man kann natürlich auch nicht alles beim ersten Mal schaffen. Aber dieses Spiel ist halt auch einfach... Das macht ja auch das erste Mal einfach unglaublich schwer. Und selbst das zweite, dritte, vierte Mal. Weil die einfach immer so komisch sind, die Typen. Die sind ja immer so unberechenbar. Aber wir haben sie ja. Wir haben sie ja zum Glück. Oh, Alter. Die machen mich nervlich, aber auch K.O. So, ist der Zip jetzt eigentlich vorbei, seine Mission? Oder ist der noch mal irgendwo? Alter, der Typ, ne? Der Typ. Ich glaube, der ist durch, ne? Also, der ist sowieso durch. Das wissen wir ja. Aber ich glaube, der ist jetzt auch komplett durch, ne? So, was machen wir denn jetzt? Eigentlich haben wir sie noch auf. Lamp of God. Und dann können wir uns eigentlich um Fallout End kümmern das nächste Mal, ne? Weil ich überlege gerade. Ich glaube, ich kann jetzt noch die eine Folge hier aufnehmen. Ich nehme die jetzt auch noch auf. Genau. Also, ich glaube, die wird jetzt gerade Anfang rein. Und, ähm. Weil ich nehme das ja immer ein bisschen länger am Stück auf. Ich mache das ja immer und schneide das dann einfach zusammen, wie es passt. Und ich glaube, dann mache ich jetzt noch mal. Machen wir in der Folge jetzt noch. Machen wir denn hier noch was aufnehmen? Gucken wir mal. Wie viele haben wir denn? Das sind von drei rekrutierte Spezialisten. Wir würden sie jetzt gleich holen. 38 von 52 abgeschlossene Aufträge. Ich weiß nicht, was das ist. Mal sehen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man die ja danach noch irgendwie machen. Das machen wir mal hier. Wissen wir noch. Und dann reisen wir mal schnell hier hin. Verteilen nochmal schnell unsere Vorteilspunkte. Machen jetzt in der Folge nochmal sie. Und wenn wir sie fertig haben, denke ich mal, werden wir dann in der nächsten Folge wirklich uns um Johns Seed kommen. Ich weiß, das hat sich jetzt hier ein bisschen hingezogen. Sehr lange sogar. Aber, naja. Wir haben auf einmal so viele VIP-Punkte bekommen. Und Sektenpunkte und sowas. Das ging halt so schnell. Stellt euch einfach vor, wir könnten John einfach erst besiegen, wenn wir alles hier gemacht haben. Dann ist das doch. Dann klingt das doch relativ sehr logisch. So. Wir haben hier auch noch nicht alles gemacht. Tritt aufs Gas. Kabere Tanklaster der Sektor liefert zu den Falls End. Aber das müssen wir eigentlich auch noch machen, ne? Das ist die Hauptmission. Der Verkünder. Habe ich doch geschafft. Wie ich wollte gerade sagen, den haben wir nicht... Den habe ich doch heute... Äh... Also nicht heute, in der Folge, aber in der Aufnahme heute geschafft. Erreiche den Ort auf der Weltkarte ansehen. Ne, das Gefängnis ist woanders. Das Sägewerk. Befreie das Sägewerk. Das ist auch woanders. Das gehört hier nicht hin. Ups. Ich bin gerade jetzt echt überrascht, weil wir hatten das hier gehabt. Da gibt es keinen Ort für und der Verkünder ist auch weg. Habe ich auch geschafft? Hängt die Mission? Die Mission hängt, ne? Ich habe den Verkünder tot gemacht, aber die Mission ist buggy. Ich habe ja keinen Auftrag hier. Also ich habe das geschafft. Der ist weg. Den haben wir in die Luft gesprengt. Ich habe da... Mit dem Heli habe ich einfach drauf geschossen, dann ist der explodiert und dann ist nichts mehr passiert. Tut mir leid. Oh, Plündern ist voll. Oh, tut mir noch mehr leid. Ähm, schade. Die Mission ist leider buggy. Wir kriegen das halt eh nicht irgendwie richtig hin. Ich hoffe mal, da kommt noch ein Patch oder sowas. Weiß ich nicht. Und da müssen wir einfach mal gucken. Cabra Tanklaster, der Sektor und liefere sie ab. Das gucken wir mal, dass wir hier nochmal irgendwann auf der Straße Tanklaster sehen. Aber dann müssen wir eh nach Falls End und dann beginnt vielleicht die Mission. Von daher ist das, glaube ich, relativ rumbe.